Ja, wir brauchen, also wir können ja mal kurz rin gucken und... Och du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh, was ist denn jetzt? Was hast du denn jetzt geholt? Ich geh doch nicht! Was machen die denn alle hier? Alter Schwede, kick mal wie viele das sind! Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit! Sado Party! Ach komm, lass doch mal ein bisschen brüllen! Hört sich an wie eine Schafherde! Komm mal hierher! Hallo und willkommen zurück bei Night of the Dead. Ich glaube, in die falsche Richtung, oder? Nee. Ja, wir sind auf dem Weg zur Fabrik, wie angekündigt, holen da das Buch und machen uns dann direkt auf den Rückweg zur 19. Welle. So wird gerade angegriffen von hinten. Antwortest du? Oder lässt es einfach ein bisschen sein? Ich dachte, du tötest den endlich mal. Weil du so gierig wieder warst, wirst du bestraft. Das ist ja egal. Gierig. Na, du lootest, wirst dreimal geklopft, drehst dich um, hackst immer ruf und lootest weiter. Obwohl er noch mit dir kämpft. Ich hab ja gedacht, du triffst den, aber du hast das Auto getroffen. Ja, jetzt werd ich... Tutelse ist wieder da. Kannst du zu dir hin? Wo bist denn du? Ich schick's immer zu dir. Ja, wir hatten uns das mit der Fabrik überlegt, aber irgendwie sind wir hier noch nicht gewesen auf der Straße und haben uns so ein bisschen im Bluten verloren. Na, wir brauchen da ja auch nicht... Was war denn das? Das war auch nicht. Das fasst das nochmal. Was zum Öl sehen, ne? Ja. Ja, wir brauchen... Also, wir können ja mal kurz dringucken und... Och du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh, was ist denn jetzt hier? Ich geh doch nicht. Was machen die denn alle hier? Alter, schwöde. Kick mal, wie viele das sind. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Sado Party. Ach komm, lass doch mal ein bisschen brüllen. Nee, nur... Doch, lass doch mal ein bisschen brüllen. Komm, den machen wir hier weg vorne. Das ist ja Coyote. Die brüllen aber da hinten. Dann gehen wir... Egal, lass doch brüllen. Vielleicht holen sie noch ein bisschen was. Dann haben wir Action. Wir haben ihnen eh Action. Scheiß, was hat sich die Fabrik so richtig Action? Nein, mit dem Buch. Kommen die da nicht hoch? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Guck mal, wie cool sie sind da unten. Oh, Mann. Kommt doch hoch. Na, ihr? Ah, die können sich nicht hangeln, ne? Oh, wie soll alle brüllen von allen Seiten, ey? Hört sich an wie eine Schafherde. Komm mal hierher. Ich bin hier oben auf dem Tor. Ich seh nicht schön. Kommt ja eigentlich keiner hoch. Musst hier drüben hochgehen. Kommen die Schreier hoch? Nee, die Schreier kommen nicht. Alter. Doch, die Schreier kommen. Drei Stück. Okay, dann machen wir uns hier nochmal eine kleine Horde nach. Oh, der ist doch oben. Mach ihn weg. Komm mal hier, ich mach mal ein Bild. Und kicken wir da runter. Oh, die haben Weißen geholt. So ein Ticken. Das ist nicht so schön. Hier unten rennen sie auch rum. Und ich hab mir so ein Kokorie gebaut auf Level 4 schon. Ganz toll. Das hilft uns jetzt nicht so viel. Zum Farmen von Esten. Die Wurzeln nicht bis da runter. Nee. Ähm, hier sind auch nochmal zwei so eine Schreier und klopfen gegen die Wand. Okay, lass uns mal die Schreier da hinten wegmachen. Die holen jetzt ja doch schon ein paar. Hier unten sind auch noch zwei oder drei Schreier. Na, ich hör schon. Wie cool. Da wiegt überall wohl. Endlich Action. Endlich Action. Na, ihn? Oh, ich seh den ja nicht. Der steckt so... Der steckt so doll in der Wand. Schmerz voll ist hier. Hopp. Oh. Wurzelt schön in meinem Feuersturm. Komm mal hier um die Ecke und mach mal den Schreier. Du wolltest aber, dass er schön ruft. Na, komm nicht ran da. Jetzt wenigstens. Schreien wir nicht mehr. Er schreit noch. Öfter zu schreien, Jesus. 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 Und es waren viele. Ina, da ist nur der alle dünne Weißer. Den will ich eigentlich nicht töten. Töte ich den? Nee, der dauert so lange. Und hier noch eine Kiste. Hm, Ludwinger schon wieder am Start da hinten. Und es stimmt. Oh, daneben. Ich denke doch fix. Das stimmt. Aber wir haben ja jetzt auch schon alles ein bisschen aufgewertet. Ja, ich bin, glaube ich, bei neun oder so bei der Ambus. Schön. Aber warum noch immer so viel? Vielleicht kamen drei Schrei. Wir haben doch gerade den Typen weggemacht und da ist das fast so. Ja. Nochmal explodiert. Mit immer standen wir hinter uns. Zauberei. Ja, das ist magic. So. Da hast du noch irgendwo ein Fleischer am Eingang. Also war jedenfalls bei der letzten Staffel so. Ich höre schon wieder ein Uhu. Oder eine Eule. 18 Uhr. Naja, wir haben ja nichts, wer war? Nö, wir sind fertig. Wir haben alle repariert. Unsere Zäune um die Bässe stehen. Die stellen uns ja nicht wieder an der Bässe. Achso, ne, gibt's ja diese Nacht nicht. Nee. In der King Großen. Aber. Denk, eine Eule. Ja, die, die eult hier noch rum. Nun komm auch, ey. Was machst du denn da schon wieder zwei Stunden lang? Lutfinger. Aber jetzt nicht mehr. Vorhin auf dem Weg hast du gesagt, du Kupfer. Und Eisen brauchen wir immer. Ja, aber das haben wir ja jetzt in drei Stunden und drei Hölfzig gemacht. Passt. Ich hab noch zwei Fässchen. Vier Fässchen. Und dann bin ich da. Kannst du doch mal den Dings machen, den. Fleischer. Nee, den lass ich dir gerne. Oder nicht. Ich bin mutig. Ich war direkt vor ihm, bleib ich stehen. Hab ihm ins Beil geschossen. Konnte er nicht werfen. Mal versteckst du die jetzt hier, oder was? Gib mir meine Pfeile. So viele Pfeile. Wo sind die alle denn hier hin? Ich hab keinen weggenommen. Ich hab nichts weggenommen. Oh. Oh. Was ist denn da für den? Was denn bitte? Die drei von der Tanke, oder? Genau die. Ich hab zwei und du? Ja. Der zischt noch ein bisschen. So. Fässchen. So, weißt du, wo das Buch ist? Ne, war? Puh, vielleicht hat irgendeiner mal einen Guide zu jemandem. Bin mir ja nicht sicher, dass es hier so ein anderes Buch als das Journal gibt. Ja, so. Achso, du würdest hier komplett durch. Naja, ich muss ja das Buch suchen. Ich hol erst mal ein Journalbuch. Mal gucken, ich da mal ein bisschen um. Ach, die brutzeln noch alleine. Da muss ich nicht dabei stehen. Und jetzt riechen. Aber vermutlich vielleicht. Oh, da ist Excel. Oh, nee, ey. Na, jetzt kann er uns ja nirgends runterholen. Mein bester Feind. Feind. Ja, ja, dann holt er mich hier runter und holt er mich aber ran. Das ist genauso schlimm. Kann sein. Na, Excelchen, geht's gut. Was hat denn der Entweder auf dem Rücken? Für ein Festlein. Wie so ein Bernardiner, nur rückwärts. Kann doch nur jeder kicken. Ey. Kopf ab. Hat der noch einen Rücken? Ein Festlein. Das sieht aus wie so ein... Als wenn er eine Maske aufhört hat und da hinten so ein... Der hat ein Bierfass und hat den über seinen Masken-Schnorchel... Nur deshalb. Zielwasser. Oh je, was mit Dynamite endlich. Hab ich nie bei, aber hier. Der Teig bei. Der Teig bei. Hier. Hier, Journalchen. Den lassen wir mal da draußen stehen, ne? Kann ein bisschen an der Tür klopfen. Hier steht... Was habe ich denn jetzt? Gehe zu den Koordinaten 23 und 26. Du findest die benötigten Gegenstände im zweiten Stock. Von was ist denn das? Da steht ja nicht wo. Journal 6. Schick mal Rinder. 23 und 26. Hab ich schon wieder vergessen. Wir haben das doch schon mal komplett durchgemacht in der ersten Staffel. Sieht auf wie Schule, oder? Aber waren wir nicht schon... Nee, oder ist das Gefängnis? Achso, vielleicht müsste doch mal dabei stehen. Nee, die haben ja die Übersetzung gemacht. Da steht das nicht mehr drin, was da kleine Beude ist. Achso. Aber die ganze andere Zeit stand das. Fabrik und so stand auch. Doch. Zweiten Stock des Gefängnisses. Steht dabei, unten. Ach ja, stimmt. Das stand eben doch nicht, oder? Als ich da reingeguckt habe? Nein, stand eben nicht. Nee, ne? Nee. Das hat sich erst aktualisiert, nachdem du dich wieder geschlossen hast und auch gemacht hast. Kann natürlich sein. Ja, 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 ja. Also das ist ja auch noch eine Early Access Version. Wichtig. Das kann schon sein. Na so. Also sagst du, es soll hier noch ein Buch sein, irgendwo. Eigentlich schon. Wer sagt dir denn das? Also woher wirst du denn das? Weiß ich auch nicht. Ich habe das irgendwo gelesen, würde ich sagen. Oder vielleicht hast du auch irgendwo... Ihr träumt? Hm. Das wohl eher. Ich mach mal hier ein bisschen Feuer und du gehst gucken. Also hier oben ist nix. Nee. Ist noch ein Speyer. Der Speyer ist weg. Aber ich weiß nicht, da müsste man ja jede Ecke hier erstmal nachgucken. Auf jeden Fall ist hier Muni drin. Okay. Also nicht ganz so verkehrt, dass wir hier sind. Aber wir können noch eine Menge Muni bauen, also... Wir haben ganz gut Material. Oh, ich habe keine Beuzen. Geh weg, ich will noch looten. Mann, alter. Wenn du nicht aus dem Weg gehst, mit deiner scheiß Looterei... Gehst du denn da einfach ab? Ich habe jetzt nichts zum Schießen. Ich habe Papa angeschossen. Oh, oh. Und ich habe Papa verbrannt. Verdammt. Deiner scheiß Looterei, sagst du. Naja... Oh, Taschen! Unter der Treppe hat er gelungert. Ja, rund im Hund. So, also hier. Ich bin hundertprozentig das Buch übersehen, da bin ich mir sicher. Kommen wir gehen nach Hause. Ja, den kriegen wir schon irgendwie... Wo bist du denn? Da. Ich renne hier so. Muss ich erstmal irgendwie runter gehen. Vorm Dach. Ohne kaputt zu gehen. Die gehen irgendwo ruf... Ruf... Springen? Ne, oder? Ich weiß nicht. Mit einem Bauer oder so? Ne. Oh, man sieht den Weg wieder zurück. Hier ist ein Auto. Komm, hier am Ende. Aber nee, das schaffst du nicht. Nee, ist zu weit weg, das Auto geht weg. Meinst du? Hm. Auf, dass ich sterbe und nochmal rennen muss? Wo ist das Auto? Hier. Da. Oh je. Nee, lass es lieber. Uff. Ah ja, ging. Ein Drittel, ein Drittel Leben war weg. Aber egal, Leuten muss ich nicht nochmal zurücklatschen. Hallo. Ah, siehst du. Leider nicht hier vorne, aber ich glaube, hier gibt es auch ein Buch. Ich war mir sicher, ich habe alle Fässer mit hinein. Ich glaube, jetzt schaffen wir die Nacht nicht mehr ran. Jetzt müssen wir euch das wieder aufteilen, ne? Fühlt mir ja ein bisschen leid, aber... Was sollen wir machen? Sonst wird das so eine lange Folge. Extrem lange Folge. Dann machen wir eben nochmal eine XXL. Okay. Na gut, dann schneiden wir euch aber erst auf dem Heim. Also wenn wir zu Hause angekommen sind. Den Heimweg ersparen wir euch und schneiden euch zur Nacht noch hinten ran. Okay? Juppie. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Auf jetzt. Upsala. Hier oben ist die Solarzelle. Schon wieder hin. Zack. Und ein Windrad auch. Okay. Ich bin hinten am Krankenhaus gucken. Da ist noch eins kaputt. Weil der Teil ist, aber ist alle Teil. Hier. Bis jetzt. So, dann schalten wir mal hier wieder an. Jetzt stelle ich mal nur Schwere zum Mies ein zur Sicherheit, ja? Da rollt ihr nochmal hin und her rennen. Und lasse den Schalter aus. Hoppala. Gucken wir mal, ob ich den Schalter überhaupt aus hatte. Achso, ich glaube, ich habe die Tür noch nicht zugemacht. Warte mal. Nee. So. Deaktivieren, okay. Also wir haben eh nur noch in der, ähm, na, Minigun. Die andere hat, äh, keine Munde mehr. Mhm. So, naja. Aber das wollen wir ja. Wollen wir eh umbauen. Ja. Ups. Da geht's schon ab. Genau richtig. Mit Ausladen und allem drum und dran. Finklich zurückgekommen. Aber ich glaube, die Nacht sollte uns nicht... Nö. ... vor große Herausforderungen stehen. Verkabelt halt hier. Nö. Sind alle Fallen an? Siehst du es? No. Sieht gut aus. Wo bist du denn? Ach, da oben. Okay. Oh Gott. Komm mal, ein Stückchen trinken. Okay. Können sie kommen. Ja, Bolzen 53. Mal meine Knarre zur Sicherheit. Oben ist noch... Also, in der Kiste sind noch Äste, Metallplättchen, Munition, Essen, Ersatzwaffen. Ja. Klober. Ja. Wo bleiben sie denn? Na, was ist los hier? Da kommt der Erste. Der Rest kommt bestimmt von hinten. Oder steht wieder in unserem Garten. Die Fallen müssen erst immer laufen, denn... Oh, da kommen sie. Ach, sind das viele. Ich weiß ja, warum sind denn das so viele auf immer? Das sieht nur so viele aus, weil sie von zwei Seiten kommen. Viele Exels. Naja, wenn der Exel kommt, dann halte ich mich mal hier zurück. So, jetzt sprung ich. Da wollte ich mal angucken, ob ich... Ja, ich hab's jetzt ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Also, zum Zaun. Gut, das sind nur die Baumstamm-Typen, die sich da sammeln. Deshalb tut es nur die... Und die kommen eh nicht weiter. Funktioniert nicht, wenn ich sprungen wollte. Nee? Nee. Schau mal weg da. Die töten dich. Ha. Exel. Pullerst du ein bisschen? Nee. Wir müssen nicht von den scheiß Ballisten hier drauf werden. Der ist weg. Die ist noch mal ein bisschen mit. Die hat Exel zerschossen und Exel ist komplett weg. Ja. Sicher nicht, doch die Lust. Der andere? Oh. Warum? Oh, da kommen noch mehr. Naja, klar. Wenn du da stehst, du hast dir gleich getroffen. Naja, ein bisschen kann ich ja ab. Man denkt immer nicht dran. Doch, ich denke die ganze Zeit unentwegt an die Pfeile in meinem Nacken. So, jetzt will ich gucken, ihr nehmt mal weg jetzt da. Die lösen sich in Luft auf. Ja. Hast du das hier sehen? Hier unten schon wieder. Warum? Ist da Exel? Nee, wa? Keine Ruhe. Nee, ich glaube, die sind durch. Also, die feuern ja eh nicht von hier. Na, mach mal die Baumkriegen. Warte nicht so lange. Ja, geht doch nicht. Der reicht doch nicht. Schieß doch. Der macht doch was. Die machen eh nicht viel kaputt. Tot ist er. Ist hier oben noch einer? Ja, hier hängt noch einer. Der ist weg. Achso, der ist schon weg. Okay. Was soll denn? Müssen wir mal aufladen, ne? Oh ne, 89. Also, so viel haben sie sich noch nicht bewegt hier. Hier mal ne Runde. No. Hier liegt Axel rum. Das ist aber ein anderer. Der hat nicht so ein Festchen auf dem Rücken. Hier liegt einer unten. Oh nein. Der läuft einfach quer durch. Obwohl da ein Zaun war. Ah, das ist zu tief, der Zaun, vielleicht. So. Wurde noch nicht gezogen. Freu ich mich ein bisschen. Oh, fuck. Warten. Hat es dich erwischt? Ja, ja. Komm schnell. Ah, ein bisschen. Komm schnell, ich kann nicht. Komm schnell. Helf mir mal. Ich kann ja nicht machen. Schieß, schieß einfach. Schieß, schieß. Dann bist du ja tot. Ne, das merkt nicht. Egal, schieß. Dann bin ich trotzdem tot. Ne, ne, ne. Dann hätte ich dich durchbohrt. Ne, 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 ne. Vielleicht ein bisschen reparieren hier und da. Ne, läuft doch nicht. Ja. Oh, dann nehme ich Punkt. Super. Hm, das mag ich auch in jeder Folge mindestens einmal. Ich würde sagen, die Batterien eh nur ist leer. Also, das ist entspannt. Aber das Sprungbrett ist nicht. Funktioniert nicht. Na, neulich nacht hat es mich gekickt. Jetzt mal, grüßt du mal mein Strom-Ding hier aus. Brauchst auch nicht los. Vielleicht ist es auch falsch rum. Nee. Nee. Von grün auf blau. Leuchtet ja auch. Was geht nicht los? Deshalb kam mir in der vorletzten Nacht schon zu komisch war. Jetzt kommen schon viele immer, wa? Also, wenn du das alles mit nachladen, hättest du machen müssen. Boah. Hm. Aber so mit dem Strom bist du da entweder entspannt. Achso, vielleicht ja nicht. Ja, aber der Weg bis dahin war... Vielleicht musste ich bloß hinhocken. Aber dann weiß ich nicht, ob du da noch so einen Winkel hast. Der Weg bis dahin, dass es jetzt klappt mit dem Strom war, wie schwerlich. Okay, gehen wir zum Ballisten gucken. Jetzt kommen viele. Ist das schon die Entinnen hier? Nee. Innen ist leer. Ähm, da ist die. In das Fall. Dann muss auch feiern. Oh, nee. Muss mal wieder weg, sonst kommt wieder Exel. Wegkommen. Plodiert verrückt, nicht, dass sie wieder über den Parkplatz kommen. Komm, jetzt komm, äh... Jetzt komm. Ja. Doch, die Sprungball ging grad. Ich halte die nur ein bisschen mit den Flammen... Oh, verdammt. Das macht keinen Sinn, wa? Also so richtig an der Stelle. Nee, jetzt also momentan irgendwie nicht. Komm mal runter da. Die kommen nicht an dich ran. Deshalb hacken die da wie die Ochsen auf die Fallen ein. Unter dir direkt. Das sind nur die Baumstammtypen, die so ein bisschen... Ja, aber die machen immer die komischen Stücke fallen kaputt. Die kaputt haben sie ja so noch nie gemacht. Die machen ein bisschen Schaden da dran. Aber... Lauf, Forrest. Mach da. Da kommst nicht ran. Ich weiß. Sieht aber schön aus. Ja, schön. Flop. Ihr trappelt jetzt schon mal die Treppe hoch hier. Ja? Mhm, hinter mir. Oh, zweimal Exel. Ähm. Ich geh mal weg. Erst hin. Der erste Exel. Den hast du auch zerrissen. Ich glaub, wir müssen jetzt ja mal auf der zweiten Etage nachlaufen. Wenn wir's schaffen. Oder ist das das Ende gewesen? Ich weiß das immer nicht. Ich kann das immer nicht. Ich glaub nicht. Also, die gehen noch alle. Das um, das um. Und zwei erst. Ja, das ist ja zwei. Kommt nochmal die letzte. Vielleicht war die das schon. Kommt noch einer nach oben. Weil das waren eben schon viele. Aber die Musik ist noch an. Die wird mir leiser. Nee, das stimmt. Aber eigentlich will ich jetzt gerade keine mehr. Bei eins, jetzt kommen da noch. Jetzt kommt noch eine Handfall. Jetzt sind bestimmt noch ein paar übrig gebliebene, die irgendwo rumgegammelt sind. Kommt da jetzt nicht nochmal eine komplette Welle. Klug doch. Nee, das sind nur Einzelne. Ich hab schon mal ein bisschen Säckchen eingesammelt. Ego, das müsst ihr gleich auf drei umschlagen. Nicht, dass die... Oh nee, scheiße. Nicht, dass die nicht durchkommen. Oh fuck. Geh du mal weg, jetzt kommt der Echse. Komm, lass die Fallen nicht machen. Wir gehen hinter unsere Ballisten. Es wird zwar jetzt nicht so spannend immer, aber... Nee, guck schon noch zu. Wir gehen hinter die Ballisten und dann... Jetzt sind viele Baumsternmännchen. Ups, jetzt hat sie hochgeblieben. Achso, Excel zieht mich von hier auch manchmal. Ah, das sind echt viele Baumstämme. Aber die müssten ja eigentlich hochkommen. Manchmal bleiben die einfach auf der zweiten Etage hängen und schlagen da wie die Blöden. Wahrscheinlich sind die Stifte doch nicht so geil. Ja, auch die Stifte. Diese hin und her... die hin und her wandernden Stifte. Das ist schon okay. Bleib unten. Mit dem Kopf. Nee, nee. Ich kann schon meinen Lebensbalken im Auge behalten. Ja, ich immer nicht. Das ist immer schwer. Upsa, du drehst dich nicht um. Das war Excel. Geh weg. Stinkende Elend. Ähm, jetzt kommen sie von hier hinten auch wieder gerade, Ena. Egal. Nee, war nur Ena, so gut. Können nicht zu uns. Ich hab keine Bolzen mehr. Die hauen auch wieder ab. Ja, ja. Dann muss ich schnell die Ballisten nachladen. Und dann jetzt dort... Hoppala. Schön zerplatzt ist er vor mir. Das dürfte aber eigentlich bis auf so ein paar vereinzelte Raumfuzzis. Baumfuzzis. Die Ballisten mal und den Rest hier von den Leuten, die aufs Dach gekommen sind. Körse noch ballern da unten. Ja, ich geh grad zu denen. Müssen nur suchen. Irgendjemand muss schon wieder bei uns verpackt sein. Nee, hier ist noch einer verpackt. Irgendjemand ist bei uns. Ja, irgendjemand ist bei uns, aber auch. Okay. Die hacken irgendwas bei uns. Hier hackt der. Kann auch nicht sein. Der Frosch. Krieg den aber näher. Doch, jetzt. Nee, da unten ist keiner. Doch, sonst ist Excel im Haus drin. Alter, die blöde Mistkuh. Du hörst immer nichts. Nee, das hab ich nicht gehört. Ja, dann guck dir doch, wenn ich dir jetzt sage, dass einer... Und der Excel hat ein bisschen mehr gebraucht, weil der auch nicht durch die Fallen durch ist. Der ist auch hin. Das war aber ein Baumstamm. Und wo hängt hier noch einer? Irgendwo ist einer, ich gehöre. Klang, 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 klang. Der Excel, der kriegt ein bisschen. Feierabend. Ach, hier siehst du Treppen. 89, 79, 71, also. Ja, ja. 99. Also ja, nicht dramatisch. Sehr viele Baumstämme, sehr viele Excel, wa? Das stimmt, ja. Und das war von der Masse her, die kam echt, also zu den Anfängen. Anfangs und entweder kamen sie echt geballt, wa? Nur feier doch rum. Wie viel Schuss brauchst du denn, du kleiner Hansel? Na ja. Schön. Na ja. Bisschen längere Folge heute. Ja, wir sammeln jetzt ein und räumen auf und machen uns bereit für die nächste Folge. Es ist nix kaputt gegangen. Nö, alle schick. Schön. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.